gewitter war auch was anders als gewitter scheinbar nicht Pause Gewitterpause Okay Ich sehe eine Familie, ich sehe einen Mami und einen Baby, und ich sehe einen Baby Ich sehe einen Baby Schau mal die Baby Sie wissen, was der Baby ist? Der Baby ist ein Röster Die Mami ist ein Henn und die Baby sind ein Chicks Some Mami eat their babies Yum, yum Okay, let's go see some more animal families Where should we go next? I think it's time to visit the sheep Can you tell me where we can find the sheep? Okay, let's go Look at the nice sheep family All the sheep are right where they belong Bli ist auch von Bli ist auch von Wetterwarnung, was bringt die uns jetzt, weiß es noch nicht, außer, ja, sollten uns ein bisschen auf den Acht nehmen, vielleicht, aber nur ganz viel leicht. Jetzt eingeben. Gott, nix. Sie muss so scared sein. Es gibt niemanden, die sie lieben. Momentan ist Lee. Ich weiß gerade gar nicht, was ich eintippen soll. Ich will allein eintippen? Die Kitten ist doch nicht allein. Die Kitten ist doch nicht allein. Was ist das? Ich werde dich nicht verstehen. Ich werde dich nicht verstehen. Schwerst du dich nicht verstehen? Ich werde dich nicht verstehen. Was ist das? Puppi, die Puppi ist wieder da. Hallöchen. Das ist Amanda. Amanda ist ganz schön merkwürdig. Wir haben sie ja so gesehen im VGS gesehen, wie sie sich verwandelt. Haben sie so eine komische Wettermaschine dann? Aber was soll man denn mit der Wettermaschine? Oh. Das Band ist jetzt auch da. Wenn wir den safe, den wir auch machen können. Das machen wir jetzt einfach nur, weil es geht. Mit 826. Aber eh leer. Dann haben wir hier Guts. Hier haben wir noch eine Sitte. Machen wir jetzt hier Schnipp-Schnapp. Ich halte es jetzt ab. Ich halte es jetzt ab. War überhaupt nicht gemein oder so. Ich habe Batterien. Ich habe für unseren... Blubbot. Das wird lustig. Ich... Ich... Keine Ahnung, wer wir jetzt... Aber gut. Wir haben ja jetzt die Kassette bekommen. Wir haben hier irgendwie was übersehen. Hier kann er noch reden. Ich bin Wooly. Baaah. Wooly hat einen Animals-Sound gemacht. Er hat gesagt Baaah, weil er ein Schiff ist. Kannst du einen Schiff machen, wie ein Schiff? Das ist großartig. Du klingst einfach wie Wooly. Hehehe. 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 Wow, ja. Du klingst einfach wie mir. Ein Tandastrom-Wahn. Dann haben wir ja direkt... ...das hier. Hier ist auch ein Pause-Symbol, aber... Der Thunderstorm geht. Oh. Weil wir das nicht von Anfang an gemacht haben. Ja. Yay. Ich komme jetzt weiter. Ob Ob es das gut ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube zumindest, wird es weiter. Wir sind hier bei einem Petting Zoo. Wir sind viele Tiere zu spät und spielen. Es ist Spaß zu spenden mit den Tandemalungen. Sie sind sehr unterschiedlich von Menschen. Sie sehen sich und sie dann nicht wie Menschen sprechen. Amanda, ich bin ein animal, und ich... Animals nicht sprechen, schluss. Schau mal diese Signs. Los geht's, wie die Tiere auf die Signs. Du bist bereit? Ein Geist sagt, meh, meh. Ein Geist sagt, meh, meh, meh. Ein Geist sagt, meh, 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 meh. Ein Geist sagt, meh, 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 meh. Das ist nicht, wo sie sind. Das ist doch ein Geist. Was ist der Hahn? Was ist der Hahn? Es ist wieder eine Wetterwarnung. Aber noch nie weit genug. 13,99 hier. Kann erst das sein. Zumindest haben wir hier Zahlen. Wo soll es dann noch was? Vielleicht funktioniert das jetzt. 1, 3, 3, 0. 4, 0. 5, 0, 0. 4, 0, 0. Okay. Guess so. Warum hat er jetzt nicht reagiert? Wir sind ja auch weiter. Haben wir was übersprungen aus versehen? Hi little kitten. Where is your family? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie fühlt ihr? Wie fühlt ihr? Om dafür zu helfen ... Will cmdate den polymermano durchdauft? Will sie du hilft auf denчикkten? Will du du hilf den lundertarten? Wer ist das? Will du hilf den lundlich kitten? Wonlich du hilf den lundlich kitten? Was ist der Läufe? Was ist der Läufe? Was ist der Läufe? Hallo Amanda freut mich wir haben es lange nicht mehr gesehen böse am ende aber erlebt das ist schon viel wert in der küche brauchen wir nicht da 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 Ja. Hallo Freunde, ich bin Amanda und ich bin Woolli. Woolli hat gerade einen Anmelssund gemacht. Er hat gesagt Baa, weil er ein Schiep ist. Kannst du einen Schiep machen, wie ein Schiep? Einen Räufen Schiep machen wir mal gucken, wie ist das jetzt hier? Ja, es wird eine Wetterwarnung, und das. Das ist großartig! Du klingst einfach wie Woolli. Wow, ja. Du klingst einfach wie mir. Ja, du klingst einfach wie mir. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Wir sind in einem Züge. Es gibt hier viele Tiere, die mit zu essen und zu spielen. Es ist Spaß mit den Züge mit den Züge zu spenden. Sie sind sehr unterschiedlich aus Menschen. Sie sehen anders, und sie sprechen nicht wie Menschen. Oh, ich bin ein Züge. Züge nicht, schluss. Schaut mal diese Anzeichen. Ich bin ein Züge. Ich bin ein Züge. Ein Züge. Ein Züge. Ein Züge. Das ist Spaß. Die Züge machen lustig. Sie haben eine Familie? Die Züge haben auch eine Familie. Sie sind auch ein Züge. Ich will die Züge sehen. Kannst du mir zeigen, wo die Züge sind? Great! Lass uns die Züge sehen. Was ein Züge. Ich habe eine Familie ist schön. Ein Züge. Ich sehe ein Mami-Züge. Und ein Baby-Züge. Und ich sehe... Ich sehe ein Daddy-Züge. Schau auf die Züge. Wissen Sie, was der Daddy nennt? Natürlich. Das ist der Haar in der Züge. Natürlich, das ist der Haar. Das ist der Haar. Das ist der Haar. Das ist der Haar. Und das Baby-Züge. Das ist der Haar. Das ist der Haar. Und das ist der Haar. Das ist der Haar. Sind die hier? Das ist nicht was er will. Let's go! Look at the nice sheep family. All the sheep are right where they belong. Blizzard warning. Es fehlt irgendwie was. Definitiv noch was. Es fehlt noch was. Es war immer wegen dem Pause-Symbol, aber... Es ist ausgekratzt. Es funktioniert nicht. Hi little kitten. Where is your family? It looks like this kitten is all by herself. How do you think she feels? The kitten is alone. There is no one to help her. Will you help the lonely kitten? Where is your family looking at? Where are you going to help the lonely kitten? ich wieder sterben das ist ja 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 noch die hier mein ich nehme die lampe raus was ist das für mögliches spiel er kann holen mich was ich glaube hier hängen wir gerade zumindest hängen wir hier müssen das noch ein bisschen und wir machen ja gewisse sachen inzwischen richtig andere wir machen das falsch hi friends i'm amanda nicht hier thunderstorm mache funktioniert genau thunderstorm thunderstorm da sind wir hier wenn ich danach noch mal also wir kommen nach den ersten wetter warnung kommen wir auf ja auf sturm warnung von blitz auf was bringt uns da kann es sein dass es jetzt draußen regnet wenn wir haben ja wo die wo die wo die wo die wo die aber moment die zahlen bringen das ordentlich wir haben zwar zahlen aber nö zahlen sagen uns nichts bei nachher 40 bücher das trauft immer noch ein ich könnte aber noch den koffer abschneiden wenn sie da wäre ich könnte aber noch den koffer abschneiden oder den der wenn sie hier in Ja. Ja, sie sind bereit. Ja. Hähähähäh. Hähähäh. A pig says, like, FUN. Animals make funny sounds. Do you have a family? Animals have families, too. Let's go see one of the animal families. I want... He's eaten. I want to see the chickens. Can you show me where the chickens are? Right! Let's go see the silly chickens! What a cute fib- Having a family is nice. I see a mommy chicken, and baby chickens, and I see... I see a daddy chicken. Look at the chickens! Do you know what the daddy is called? Dom. The daddy is called a rooster! The mommy is a hen, and the babies are chicks. Some mommies eat their babies. Yum yum! Okay, let's go see some more animal families. Where should we go next? I think it's time to visit the sheep. Can you tell me where we can find the sheep? What do you say is that they themselves glowing me? Hey, let's go, let's go, boy! The sheep are looking for me to pull this skate this way. Oh my dear baby,OSE isAdam DMKDONS Die Schweine ist es nicht, aber die ist schon so komisch Die Schweine, die haben Schafe Da haben wir Wolle Deine Sieben Die Schweine Die Schweine Die Schweine Die Schweine Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Wenn wir uns das Wetter nicht einstellen. Beim ersten Wetter ist es nicht, also beim ersten funktioniert es. Ah, geht es nicht mehr. Okay, das Wetterding nicht. Ist das auch ein Pausezeichen bei dem Wetter oder was? Das Kitten ist alone. Da ist niemand zu helfen. Willst du den Lonely Kitten helfen? Okay. 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 Wir lassen uns das, okay? Komm schon. Genau. So. Wir lassen uns auf. Ihr speakers haben. Das ist, wenn du ein Einzelwestern. Er sagte Baa, weil er ein Schiff ist. Kannst du einen Schiff machen, wie ein Schiff? Natürlich. Das ist toll! Du bist nur wie Woolly. Wow, ja. Du bist nur wie mir. Wir sind in einem Züge. Es gibt viele Tiere hier, die zu spät und spielen. Es ist Spaß zu spenden mit den Tiere. Sie sind sehr unterschiedlich von Menschen. Sie sehen unterschiedlich und sie nicht sprechen wie Menschen. Amanda, ich bin ein Tier, und ich... Die Tiere nicht sprechen, schluss. Sie sehen, diese Zeichen. Wir machen die Zeichen wie die Tiere auf den Zeichen. Sie sind bereit? Ein Pferd sagt, 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 Das ist toll! Du hast mich strange. Spaß! Tiere machen lustige Geräusche. Hast du eine Familie? Tiere haben auch Familien. Lass uns einen der Tiere zu sehen. Ich will die Tiere sehen. Kannst du mir zeigen, wo die Tiere sind? Warte! Lass uns die Tiere sehen. Warte! Das ist die Tiere! Philosoph. Schlвержger... G落 Archbord ist... Ich habe die Tiere. Ich sehe die Tiere. Ich sehe... Dasичесpann, dann die Tiere. 這邊 hydrofläche. Enttます mich. Aber wir sehen, was die Tiere ist auch der Shooter? Der Hahn. Der Vater ist ein Röster. Der Mutter ist ein Röster. Okay, los geht's! Schau mal die Schiep-Familie. Alle Schiep-Familien sind dort, wo sie belong. Blisadwani. Zin Fejar ist es zu sehen. Zin Fejar ist es zu sehen. Zin Fejar ist es zu sehen. Zin Fejar ist es sie vallig. Wird die Schiep-Familie halten? Das ist das Richter. Die Kitten ist all by herself. Wie fühlt sie sich? Die Kitten ist allein. Es gibt niemanden zu helfen. Kannst du die Kitten helfen? Oh, Wally. Great! Let's go see... The daddy is called a rooster. Okay, let's go! Look at the nice sheep family. All the sheep are right where they belong. Blizzards running. You really don't? Am I gonna do it? Hi little kitten. Where is your family? It looks like this kitten is all by herself. How do you think she feels? Irgendwas mache ich falsch. This kitten is alone. There is no one to help her. Will you help the lonely kitten? Jetzt was mache ich falsch. I'll do it. I'll do it. I'll do it. Hi friends! I'm Amanda. And I'm Woolly. Baaah! Baaah! He just made an animal sound. He said baaah because he is a sheep. Can you make us sound like a sheep? Can you make us sound like a sheep? That's great! You sound just like Woolly. Hehehehe. Wow, yeah. You sound just like me. I know he should把 one go. Getzsssss. Let's go. Wir sind hier in der Petting Zoo. Es gibt viele Tiere hier zu beten und spielen mit. Es ist Spaß zu spenden mit den Tieren. Sie sind sehr unterschiedlich aus den Menschen. Sie sehen unterschiedlich und sie sprechen nicht wie Menschen. Amanda, ich bin ein Tier und ich... Anfänger nicht sprechen, Silly. Schau mal diese Signale. Wir machen die Anfänger wie die Anfänger auf den Signalen. Sie sind bereit? Ein Gehirn sagt, Meh, meh. Ein Chicken sagt, Ein Gehirn sagt, Ein Gehirn sagt, Ein Gehirn sagt, Das ist Spaß. Die Anfänger machen lustige Geräusche. Sie haben eine Familie? Die Anfänger haben auch eine Familie. Wir gehen, eine der Anfänger der Anfänger. Ich möchte die Küche sehen. Kannst du mir zeigen, wo die Küche sind? Die Küche sind? Das ist nicht wo sie sind. Die Küche. Sie wissen, was ein Chicken sieht? Ich möchte die Küche sehen. Great, let's go see those silly chickens What a cute fib Having a family is nice I see a mommy chicken and baby chickens And I see, I see a daddy chicken Look at the chickens, do you know what the daddy is called? The daddy is called a rooster The mommy is a hen and the babies are chicks Some mommies eat their babies Yum yum Okay, let's go see some more animal families Where should we go next? I think it's time to visit the sheep Can you tell me where we can find the sheep? Ew, I don't want to see those, they're scary I don't want to go near a... I don't want to go near a... I don't want to go near a... Looting barn What do we need? Hm... No... I don't want to go near a... BLEH! 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 Oh... Okay, let's go! Look at the nice sheep family! All the sheep are right where they belong! Oh, that's funny Flisseters Warn That blistert We've already had all the blisterts fugly Bingo. Das geht nicht. Einmal gedrückt. Das ist irgendwie wieder was falsch. Diese Kitten ist allein. Keine Hilfe. Will you help the lonely Kitten? Hey, ist das alles schrecklich. Also nochmal das ganze von vorne. Wir halten es ja noch nicht so öfter genug. Hi friends, I'm Amanda. And I'm Wooly. Baa. Wooly just made an animal sound. He said baa because he is a sheep. Can you make a sound like a sheep? That's great! You sound just like Wooly. Wow, yeah. You sound just like me. Anastom hammer. Anastom is good luck. We are at a petting zoo. There are lots of animals here to pet and play with. It's fun to spend time with animals. They are very different from people. They look different and they don't talk like people. Amanda, I'm an animal and I... Animals don't talk silly. Look at these signs. Let's make sounds like the animals on the signs. Are you ready? A goat says meh. 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 A chicken says meh. A pig says meh. That's so fun. Animals make funny sounds. Do you have a family? Animals have families too. Let's go see one of the animal families. I want to see the chickens. Can you show me where the chickens are? That's not where they are. Alright! Let's go see the silly chickens. What a cute fibba. Having a family is nice. I see a mommy chicken and baby chickens and I see... I see a daddy chicken. Look at the chickens. Do you know what the daddy is called? Um... The daddy is called a rooster. The mommy is a hen and the babies are chicks. Some mommies eat their babies. Yum yum! Okay! Let's go see some more animal families. Where should we go next? I think it's time to visit the sheep. Can you tell me where we can find the sheep? Ew! Ew! I don't want to see those! They're scary! I don't want to go near a... I don't want to go near a... It's... You must be so scared. You must be so scared... Yeah... Okay! Let's...? She must be so scared. This kitten is alone. There is no one to help her. Will you help the lonely kitten? Will you please help the lonely kitten? Won't you help the lonely kitten? Won't you help him either? Let's go holen ... oh, is he wrongs me. Will you help the lonely kitten? Will you help the lonely kitten? Was? Ein Versuch machen. Letzter Versuch. Hey. Video haben wir, jetzt kommt das Video rein. Und dann sind wir bereit für die Runde. Hi, Freunde, ich bin Amanda. Und ich bin Woolley. Woolley hat gerade eine Anzahl gemacht. Er hat gesagt, weil er ein Sheep ist. Kannst du es machen, wie ein Sheep? Das ist großartig. Du klingst einfach wie Woolley. Wow, ja. Du klingst einfach wie ich. Wir haben jetzt Zivano. Und deswegen müssen wir hier einmal... Und damit springt er direkt aufs Nächste. Und er dachte, müssen wir wieder was machen. Wir sind hier in der Petting Zoo. Wir sind hier viele Tiere hier zu beten und spielen. Es ist Spaß zu spenden mit den Menschen. Sie sind sehr unterschiedlich von Menschen. Sie sind unterschiedlich. Sie sind unterschiedlich. Und sie sprechen nicht wie Menschen. Amanda, ich bin ein Tier. Und ich... Anfänger nicht sprechen, Silly. Schau mal diese Signale. Wir machen die Sonne wie die Anfänger auf den Signen. Bist du bereit? Eine große Zivano. Eine große Zivano. Eine große Zivano. Eine kleine Zivano. Eine Kugel. Eine große Zivano. Eine Kugel. Eine Kugel. Das ist ein Kugel. Das war Spaß. Anfänger sind lustige Geräusche. Sie haben eine Familie? Animals have families, too. Let's go see one of the animal families. I want to see the chickens. Can you show me where the chickens are? That's not where they are. Don't you know what a chicken looks like? I want to go look at the chickens. Wait! Let's go see those silly chickens! What a cute fib- Having a family is nice. I see a mommy chicken and baby chickens. And I see... I see a daddy chicken. Look at the chickens! Do you know what the daddy is called? No, that's not what they are called. Try a g- Tornado warning. Tornado, that's a tornado. The tornado goes. Tornado warning. Damit it's over. was sonst machen wir was machen denn wohl hätten wir hier noch immer noch gießen es gibt mir den ein ich bin ich bin ich bin Das müsste dann das Letzte sein. Alles verrottet. Okay, let's go! This kitten is alone. There is no one to help her. Will you help the lonely kitten? Oh, boah, weee. Weg mit der Ollen-Kassette. Hier. Malze. Das wird besser. Ich bin Amanda. Und ich bin Woolly. Was ist das Geräusch? Ja, das hatten wir doch schon. Was ist das Geräusch? 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 Wenn ein Anni von dem Tierkirches das Rots ändert, wird das Geräusch. I can help it. Should we help the kitten? Okay, yeah. Ja. Wie sieht das aus? Ja. Wie jetzt? Ich bin etwas verwirrt. Wie macht das? Die sind irgendwie rausgekommen. Oh, ich bin verwirrt. Das müssen wir jetzt weitermachen, oder sind wir jetzt damit durch? Oh mein, wir haben hier das Bleicher-Symbol. Bei uns fehlt noch ein Code. Gut. Also müssen wir doch noch weitermachen, oder wäre ich das falsch? Wir haben jetzt hier das komische Fleisch-Symbol. Und wie viel ist noch zwei? Aber, ja. Wir haben keinen Zahlencode dafür. Wir haben einen Weg doch. Wir haben einen Weg doch. Ich bin Amanda. Und ich bin Wooly. Heute werden wir eine Apple Pie machen. Mein Lieber ist Peach Pie. Was ist dein Lieber? Was ist dein Lieber? Ich bin der Lieber. Ich bin der Lieber. Ich bin der Lieber. Die Lieber. Wir haben immer noch einen Herd. Das ist ein Klinik. Ich glaube, wir müssen das nicht selbst machen. Es ist immer gut, wenn du dich selbst anwescht bist. Ich bin der Lieber. Und ich bin der Lieber. Ich bin der Lieber. Das ist immer gut, wenn du mit dem. Das scheint nicht sicher zu sein. Okay, Willy. Let's cut the gap. Das war schwer. Wir haben fast alles, was wir brauchen, um unsere Pie zu machen. Wir brauchen nur ein bisschen Zucker. Hm, wissen Sie, wo wir den Zucker behalten? Ist es in der Pantry, der Refrigerator oder der Sink? Natürlich halt im Schrank. Great! Let's make a pie. Hmm, can you smell the apples and cinnamon? Okay, it's time to bake a pie. First, preheat the oven to 425... I don't think we should be using the oven by ourselves. We should always ask a parent to help. I'm not sure where they are right now. We're on our own, Willy. First, preheat the oven to 425 degrees. Then, put the apples into the pie tin. Now, put it in the oven and bake it for 40 minutes. Our pie is ready! I can't wait to eat it! Willy, let's have some pie! Hey! We had a 425 and... Get ready, let's grab the oven... Um... ... So... Hi, friends. I'm Amanda. And I'm Wooly. What do you like best about your neighborhood? That's great. I like that there are so many friends in my neighborhood. Today, I want to send something special to my friend. First, I need to go to the store to buy them a card. Do you know where the store is? Yeah. 24. Good job. Let's go to the store. Let's pick out a card. My friend helped me when I was... Jubel Blubboldt. 153. 153. 153. 0 3 2 5 7 5 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 17 19 I don't want to play anymore right now what you are again older I wish you the best of years 0882 0882 0882 0882 08 08 82 08 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 so mal gucken 08 8 2 08 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 05 08 07 08 08 08 08 08 08 Das war's. ok das hätte ich jetzt nie erwartet mal vier, fünf Minus zwei mal vier also haben wir fünf Minus zwei sind drei einmal zwei mal zwei ist vier zwei durch zwei ist null zwei plus zwei plus drei ist sechs zwei Minus zwei haben wir acht drei fünf eins 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 z z z z pi z z z TWO Oh Mann. 8, 3, 5. 1, 6, 1. C, C, D, C, F, E. T, 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 T. Ich geh jetzt auf den Musiker. 3, 5. 1, 6, 1. C, C, D, C, F, E. C, C, D, C, F, E. C, C, D? C, D, C, F, E. C, D, C, D, C, D, C, D, C, D. Ich glaube, dass die Buß war noch nicht gut. Wieder ein Unfall. Ja. Woolly, ready for an adventure? Amanda, I know you can't... Woolly had an accident. When a friend has an accident, sometimes nobody can help them. But we can try. No, Amanda. I'm fine. I just... Poor Woolly is so confused. We really have to help him. First, we have to know what is wrong. What part of Woolly is broken? I have a very good feeling. Bye. Woolly's head is broken. But Dr. Amanda is here to help. Let's prepare the patient. Here, Woolly. Drink this. Uh, I don't know, Amanda. It's all just pretend. Isn't it, Woolly? We need to operate immediately on the patient's brain. What tools should we use to fix Woolly's head? The saw, the hammer, or the forceps? Um. Um. That might be helpful. But what else could we use? It's hanging. Things could get really messy if we use that. That looks hard to use, but I could try. I tricked you. Well, obviously, someone thought that's cute. You're not going to help me? So I, I can do this by myself. No way! I can do this. das ist unsere neue das ist die lieblingsfilme das wird ja noch immer im 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 noch eine kassette habe ich jetzt erst gesehen im 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 jetzt nur den einnehmer abnehmen können also holen wir uns jetzt mal das zeug also wir haben 1 wo wir haben die nummer hier und wir haben natürlich nicht zu vergessen in 40 mit hammer 6 kühle haben wir hier 1 wir haben hier einen stuhl das sind zwei kühle lichter 2 3 4 2, 3, 4, 6, 7, 8. Was ist das? 2, 8, 6. Ohne dass ich es wusste. Ich muss ja erwarten, was reintrofft die ganze Zeit. Ja, ich würde so. Ich würde so. Um, um. 4-0-1-2-5-8 We don't have much time. also 4 2 5 4 0 does not compute no 4 2 5 you really know how to push my buttons 5 0 1 2 1 5 0 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 5 8 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 Das ist nicht. mach blabert nicht nach hey I said it I am in love with you I will do anything please I will show you to forget miss ich habe einen schlüssel das läuft jetzt gerade ganz gut das nicht eh das nein Nein, jetzt doch was. Gib mir die Kackkassette. Jetzt. Das können wir teilen. Die kannst du haben. Nein. Jetzt doch auch. Aber ich habe mich gerade nicht mit den Kassetten. Das ist zwar nicht so, wie ich es haben möchte, aber... Hier was. Jetzt. Bin ich hier nicht? Das war auch ein Legalboden. Nicht. Nicht. Wir nehmen uns jetzt die letzte vor. Blöde Kassette. Keine Ordnung kriegt mehr in den Ding drin. Oh nein. Na 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 nana. Na 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 na. Hi. I'm... Amanda. Amanda, when you're friends, you can share all kinds of things with each other. I can share my crayons with you so you can have fun coloring too. Look at silly Mr. Fox. Sharing shows you care about someone. Friends can share toys. They can share snacks. I'll share some of my snacks with you. Which snack would you like? I can't hear the worst yet. Yum, that's my favorite. Friends can share other things too. They can share secrets. Can I share a secret with you? Are you sure? It's a big secret. Is it really okay to share my secret with you? I'm out there. Somewhere. Let's go. Let's go. Let's go. Das ist so. Was ist das für ein komisches Spiel hier gewesen? Oh, jetzt ist das wie so Minecraft, oder? Ja, das nenne ich doch gute Kredits. Und die Kredits zensiert, oder wie weiß ich, was ich verstehe. Das gute alte Sandwich-PNG. Und die Kredits zensiert. Die Musik geht spannender. Ja. 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 Okay. Der Besonnen Ritter. Die muss ich jetzt nicht noch finden. Das ist nämlich noch ein Aufkleber. So, dann haben wir ihn wieder bekommen. Aber, ja, das reicht von den Gämen, würde ich mal sagen. Der letzte Aufkleber kann jeder für sich selber finden. Das ist nämlich noch ein Aufkleber. Das ist nämlich noch ein Aufkleber. Das ist nämlich noch ein Aufkleber.